Heute wird uns Frau Nebel erzählen, was es Neues bei Mercedes gibt. Ja, es freut mich, dass ich Ihnen das zeigen kann. E-Formats Expense bieten wir jetzt heute oder seit 1. Oktober Fahrhilfen am Werkel. Das heißt Fahrhilfen, die sind einmal Linien, die man braucht. Das ist der Tourney und das ist ein Drehschwenksitz, der komplett aus dem Auto rausfährt, das sich sogar absenkt, sodass ich dann leicht umsetzen kann oder aussteigen kann. Was mittlerweile sehr hilfreich ist, entweder für Menschen, die Einschränkungen haben oder sich für Rollstuhl umsetzen können, oder aber auch für ältere Menschen. Und für welchen Fahrzeuge bieten Sie das alles an? Wir bieten das an für die A-, B-, C- und E-Klasse direkt und Sie können das direkt mitbestellen mit dem neuen Fahrzeug. Das ist auch für ein neues wie eine normale Ausstattung, Sie können die Navigationsbereits, wie eine Sitzheiz-Berecke vorstellen. Und das ist das Wecken Ihrer Fahrzeuge. Also kann das dann literatieren, sprich ja praktisch alles nicht, weil der Zähl ist nicht egal. Ganz sicher. Ok. Sie finden auch die Beratung bei uns in der Niederlassung, zum Beispiel bei den Vertragsletzlern, wir können es nur beraten lassen. An einigen Standorten haben wir sogar Fahrzeuge aufgebaut, da könnten wir auch Probefahrt machen. Alles klar, wir bedanken euch mal. Herzlich willkommen. Wir kommen auf das Angebot zurück und werden dann mal eine Probefahrt machen, denke ich später.